Am Mittwoch wartet die nächste Aufgabe für unsere Jan-Elf um 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf. Bei mir jetzt unser Cheftrainer Achim Bayer-Lorzer. Achim, gestern die 2-0-Niederlage gegen Dresden. Inwiefern habt ihr dieses Spiel aufbereitet? Auch mit Blick auf die englische Woche? Muss man natürlich ganz, ganz schnell machen. Wir waren heute beim Auslaufen, haben wir das Spiel analysiert und haben danach der Mannschaft auch die wichtigsten Szenen gezeigt. Die wichtigste Szene, wie ich ja gestern schon betont habe, war natürlich die in der 49. Minute, wo wir leider Gottes einfach die Kompaktheit aufgegeben haben und mehr oder weniger fast schon Dresden zum Konter eingeladen haben, den sie dann super auch zu Ende gespielt haben. Die Geschichten müssen wir halt vermeiden, die müssen wir dringend vermeiden, denn je länger es 0-0 steht, umso nervöser werden die Mannschaften, gegen die wir jetzt in der nächsten Zeit spielen und insbesondere natürlich auch Düsseldorf. Und dann gibt es für uns auch immer mehr Momente, wo wir Bälle erobern und danach eben gut umschalten können. Okay, du hast es gerade angesprochen, Fortuna Düsseldorf. Welchen Gegner erwartest du? Er ist ein spielstarker Gegner, ein Top-Stürmer vorne drin mit Hennings, aber auch so insgesamt richtig gute Jungs. Ja, die sind natürlich jetzt auch drauf und dran, diese Niederlage gegen Fürth wieder Wett zu machen. Könnte natürlich auch eine Chance für uns sein, aus dieser Kompaktheit, wie es gerade schon gesagt hat, aggressiv in den Zweikämpfen zu stehen und Bälle zu erobern und dann eben schnell nach vorne zu spielen. Die wollen sicherlich zu Hause gewinnen. Und wie können wir sie vor Probleme stellen? Also was ist der Schlüssel? Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Kompaktheit ist der Schlüssel. Ja, wir müssen geduldig sein, wir müssen ganz enge Abstände haben zu den Gegenspielern, die Tiefe sichern, denn auch da wird es den ein oder anderen weiten Ball über die Kette gehen. Da haben sie Tiefgang mit Gieselmann, wird man sehen, ob der auf die linke Außenverteidigerposition zurückkehrt, aber auch wenn Lovren spielt oder wer auch immer, er hat auch Veränderungen angekündigt, hat er genügend Spieler letztendlich in seinen Reihen oder in dem Kader, die da hervorragende Qualität haben. Aber wir müssen kompakt sein und dort eben dann aggressiv in den Zweikämpfen stehen. Wir hoffen auf die nächsten drei Punkte auswärts. Wer nicht live vor Ort ist, die Jahn-Medien sind auch wieder dabei, Turmfunk und Live-Ticker. Und dann hören wir uns am Mittwoch. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017